Was geht? Was geht? Meine lieben Freunde, willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder in unserer kleinen Minecraft Java Survival Welt. Ihr könnt wahrscheinlich schon hören, wenn ich jetzt zum Beispiel auf meinen Tisch schlagen würde. Ähm, normalerweise kennt ihr das ja, dass mein Mikrofon immer ziemlich übersteuert. Ähm, heute ist das Ganze nicht so, denn, hört euch das an, ich habe mir so eine Spinne gekauft, äh, um das Mikrofon herum. Ich kann euch das mal zeigen, in die Cam rein. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob man das sieht. Hier, das ist ja mein Mikrofon und vorher war das hier, das Schwarze, war hier vorher nicht dran. Und das habe ich mir jetzt gekauft und das unterdrückt jetzt diese Schallwellen und das. Das ist so cool, irgendwie, ich finde das voll, oh, ich finde das voll nice. Also, ja, ist geil. Ihr habt jetzt nicht mehr die ganze Zeit diese nervigen Geräusche im Hintergrund, wenn ich meine Maus hier oben habe und wieder nach unten machen will. Habt ihr nicht dieses übersteuerte Geräusch, was ich sonst immer habe? Naja, erstmal abgesehen von diesem Mikrofon-Thema. In der letzten Folge haben wir hier unser Haus gebaut. Ich würde jetzt nicht sagen fertig gebaut, weil ich würde ganz gerne da noch ein Stockwerk hinbauen, zweites. Ähm, aber das Grundgerüst sieht okay aus. Also, kann man mal machen, so. Ist jetzt nicht das Allerfeinste vom Feinsten, aber man kann damit leben, okay? Man kann da leben, mit... Vergiss einfach, was ich gesagt habe. In der heutigen Folge würde ich... Was ist denn mein Grasblock? In der heutigen Folge würde ich ganz gerne noch in die Höhle gehen, um vielleicht den ein oder anderen Diamanten zu finden. Das wäre sehr schön, wenn wir das heute schaffen. Ah, guck mal hier! Oh, was? Was? Guck mal, so sieht doch eine Höhle aus. Wah! Ey, what? Ey, what? Wir nehmen jetzt dieses Eisen mit, damit wir wenigstens ein bisschen Equip haben. Ui, da geht es doch noch weiter. Damit wir Equip haben, um uns Rüstung herzustellen. Das würde ich nämlich ganz gerne machen, bevor wir hier in die Dings reingehen. Denn ihr wisst, ich bin schlecht in Minecraft und spiele das einfach nur, weil ich Spaß daran habe und nicht, weil ich hier der größte Schwitzer der Welt bin. Das auf gar keinen Fall. So viel dazu, meine lieben Freunde. Hey, ich bin schlecht in Minecraft. Ja, merkt man. Und das Eisen wird geschmolzen. Juhu! Ja, bittidui! Und das letzte Eisen ist fertig! So, und ich will jetzt mal ganz kurz gucken, wie viel von diesen Dingern macht so eine Hose? Fünf Rüstungen. Okay. Wie viel macht das hier? Zwei. Hallo? Zwei. Vier. Okay, dann holen wir uns eine Hose. Die macht fünf Rüstungen gut. Das andere macht alles insgesamt vier. Ja, ja, gut. Wir können uns Boots machen. Wir können uns doch Boots machen. Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch Eisen habe. Boots machen. Wir können uns doch Boots machen. Ich wusste gar nicht, dass ich hier noch... Ja, nice. Dann machen wir uns doch Boots. Geil. Und dann gehen wir schlafen. Und dann gehen wir in die Höhle. Ey, praktisch, Leute. Praktisch. Ach, Mann. Ich konnte nicht weiter zurückgehen. Ich muss jetzt auf zwei und dann auf fünf drücken. Let's go! Block-Klatsch hat funktioniert schon mal. Weg da! Ha! Was ist er sich tot? Was? Was? Ein God-Creeper! Ich will ihn aber töten. Komm schon, Bitzel! Das pusht mein... Selbstverkauf. Ja! 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 Was? Er ist immer noch nicht da! Was? Heu! Ja! Geht doch! Mann! Das Eisen ist fertig. Juhu! Boom! Wir können uns jetzt einen Wassereimer machen, Leute. Oh, warte mal kurz. So, ich hoffe, dass jetzt wieder alles funktioniert. Ihr seht wahrscheinlich gerade meine Kamera. Sieht ein bisschen anders aus. Das liegt gerade daran, dass ich eine neue Kamera angeschlossen habe. Eine andere Kamera. Also, ja, deswegen musste ich auch hier kurz abbrechen. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt unseren Wassereimer. Der andere Eisen schmelzt noch. Die holen wir uns gleich. Aber ich will jetzt als erstes einfach mal Wasser suchen, was da hinten auch gleich ist. Damit wir erstmal auf einem sicheren Wege mit unserem Wassereimer sind hier. Na dann, also ich würde sagen, wir kochen noch schnell unser Fleisch hier. Dann geht's ab, du, ne? Dann geht's ab, ne? Oh mein Gott, geht's da tief runter. Bin ich mir nicht sicher, ob ich da so runtergehen will. Ähm. Ach, Digga, das war ja aber auch unnötig. Und runter da! Oh, was ein gewagter Jump. Aber wir haben es geschafft. Oh, oh. Oh, was? Drei Hits immer noch nicht down? Och. Wir haben einen Mindshift. Wir haben einen Mindshift. Wir haben einen Mindshift. Okay, Leute. Wir haben einen Mindshift. Du scheiß Skelett. Verpiss dich. Aus meinem Leben. Genau, darunter. Da ist ein Diamant, da ist ein Diamant, da ist ein Diamant, da ist ein Diamant, Digga. Oh mein Gott, da werden wir erst mal runtergehen, aber auf ganz gechillte Basis. Oha. Oha. Als ob wir einfach dieses Lack haben, dass da direkt, also direkt ein Diamond ist. oder mal gucken vielleicht sind sie auch mehr was 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 noch mal wir haben an alle leute an alle jeder die jetzt hier schon angefangen haben ihren kommentars zu schreiben von wegen du hast bestimmt voll viel pech ihr könnt euren kleinen hinter kommentar gleich wieder weg schreiben ne weglöschen raus aus meinen kommentaren alter also bruder zwei mein chefs was da oben ist einer und hier das kann nicht sein wie geht das also also mal ganz ehrlich wie wie das ist wenn wir jetzt noch zwei weitere die es finden dann habe ich einfach mein traum zu heute schon erfüllt also mehr als erfüllt ist jetzt schon erfüllt eigentlich aber sicher auch jetzt erst ja ja ihr genau ihr ihr sollt euch verpissen von mir hallo so gut heiß ähm aber bruder what ich würde ganz gerne wissen ob die noch irgendwo dias sind aber ne da sind keine dias mehr schade aber trotzdem was zwei schritte in die höhle also so viel glück hatte ich glaube ich in minecraft noch nie und ich habe sehr viel seht ihr wie viele seht ihr wie viele dias das sind ähm also ihr verpasst euch das bitte mal bitte bitte lasst mich mal eine sekunde hin ich bin am verrecken hallo jetzt lasst mich doch mal lasst mich jetzt in ruhe nein ich war so glücklich ich war so glücklich ich war so glücklich wie noch nie in minecraft nein das ist jetzt nicht wahr ich kann mir nicht mal eine spitze kommen dicker als ob das jetzt wahr ist dicker ich bin am falscher du jetzt verpiss dich mal hier du jetzt das kann es nicht sein ganz ehrlich bitte gib mir meinen diamanten bitte ja so jetzt lass mich bitte eine sekunde durchschnaufen hallo lass mich eine sekunde bitte ich hab doch jetzt nichts getan ich habe meinen loot wieder so das passt mal ganz gut auf ich habe meinen loot wieder alles ist da das wichtigste auch und zwar die diamanten ähm wir ziehen uns ganz schnell unsere rüstung wieder an werden unsere steaks hierher nehmen die diamanten oben rein so oben wir haben jetzt alles was wir brauchen um diese diamanten abzubauen und diese ganzen gegner zu töten es ist halt ohne scheiß nicht gescriptet es ist nicht gescriptet bitte leute glaubt mir eine sache und zwar dass es nicht gescriptet ist dicker wa nein du dir gehe ich aus dem weg du du verpiss dich jetzt auch aus meinem leben du hast mir die leben das leben zur hölle gemacht die leben vor allem genau mhm und wir sind wieder oben und haben sieben diamanten dicker ich bin so überfordert ich werde mein zuhause nicht mehr ach da hin ach komm fick dich nein ich bin den falschen weg gegangen das ist das ich benutze die die alle eine uhr das Mein wie Oh Gott, es war so ein Krampf zwischenzeitlich. Oh Gott, ich habe es ein bisschen verstanden. Wir haben einfach die... Ich, ich. Boah. 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 Damn. Also, jetzt erstmal alles Unnützige hier reinmachen. Die Diamanten werden wir nicht usen. Also die Diamantsachen. Nein. Könnt ihr mir jetzt schon glauben. Die werden wir jetzt noch nicht usen. Ich würde sagen, das war es von der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es mehr gefallen, als jede andere Minecraft-Folge dieses Projekts wahrscheinlich. Ja. Haut rein. Ciao, ciao. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.